Glamour pur. Verona Po zeigt sich gerne in extravaganten Looks. Die Bohlenecks greift dabei immer mal wieder zu knappen Outfits und extra viel Make-up. Das darf gerne etwas mehr glitzern und funkeln, als es der Standard ist. Für ihre neueste Aufnahme kassiert die 52-Jährige überschwänglichstes Lob von ihren Fans. Doch nicht etwa, weil ihr Look besonders extravagant ist, sondern weil sie sich so herrlich natürlich zeigt. Bezaubernde Frau, selbst mit Gesichtspeeling, schwärmt ein Fan. Ein anderer fügt hinzu, du bist so wunderschön, bin ein Fan von dir. So viel Lob ist bei dieser Aufnahme auch nicht verwunderlich. Ungeschminkt zeigt sie sich von einer ganz natürlichen Seite. Doch auch das Sex-Appeal bleibt nicht aus. Eng ins Handtuch gewickelt und mit verführerischem Blick zeigt sie sich von ihrer Schokoladenseite. Dazu schreibt sie ganz ironisch, der Lack ist ab. Hach, wie schön, dass Verona auch immer über sich selbst lachen kann.